und danach gehe ich die leute die mal alles machen und danach gehe ich pennen ja ich gehe erst wenn 23% wille weg sind ich habe noch 22 und mein inventar ist auch nee kleidung jetzt fällt mir gerade wieder auf das ist dieser ganze stress mit euch hier da vergesse ich immer alles wieder zu reparieren es ist eigentlich kaputt mal gucken ja alles toll komplett neviere schwert und 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 handschuhe und schuhe waren auf jeden fall dabei und klub und oberteil auf 4 prozent nur noch hatte das ist auch richtig gestaltet muss man auch echt dazu sagen so und da machen wir mal hier diesen stein trocken fertig und diesen schlägst tot ist ja und diesen vago magier erz magier naja ich sammle mal das zeug ein was hier die leute liegen lassen auch schon ein kettenring der resistenz bekommen meins haa meins alles meins auch das ist meins und aua das auch ne schade dann nicht aber der rest der an items meins so und weiter geht's guck mal voll logisch tür geht auf aber das ist eine wand tja wir rennen dritte gegen die wand weißt du das ist mir auch schon aufgefallen das ist meine gewesen haa du hast sie mir eben geklaut jetzt hab ich sie mir geholt du hast sie mir doch vorhin schon geklaut gehabt ivana na und mir aber auch gier jetzt lass dich saugen jetzt machst du platt oh junge nein du depp na so viel hast du auch nicht verloren davon gesehen one hit amolist oh gott mein gott was für name amolist amolist genau er fistet dich amolist frissisch wasser erhalten na lol klar halt mir knarre in der fresse ja das war halt so versuch jetzt nach bäder zu kommen ansonsten wird es Zeit für ähm sag schon du hast du hast den dungeon den eintritt des dorfes gewährt noch nicht abgeschlossen ja dann fehlt dir noch Tante Garn ich würde ich würde lachen das kommt dann wieder das gleiche eigentlich nicht ab 36 kannst du durch ja ich bin schon Level 36 ne ich bin aber schon Level 36 und fast schon Level 37 du kommst mit 36 noch Level ja du kommst mit 36 noch Level ja sofern du auch diese dungeon wenn du nicht hast aber du irgendwie ja aber der Hauptteil ist auf jeden Fall alter Akkorde du nur haben musst ja und hier Peter ich dachte die hat er schon deswegen war das ja auch kein Thema Peter war ich noch nie gewesen außer die zwei Sachen die wir letztes Mal gemacht hatten ja eben EpiQuest ignoriert huch haha wir haben den EpiQuest wir haben den EpiQuest ach ne bist du immer runtergefallen und über andere lachen und wieder lol ich hatte diese Stelle einfach nur ich hatte diese Stelle einfach nur ja aber das war wegen einem Bug ich hab's so gemacht und dann war ich schon sofort unten keine Ahnung hallo hier guck mal siehste runter der Bug da ist jetzt tier 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 und und zack so oh mein Gott, was war das denn? Hört sich ja komisch an, hast aber schon mal einen Ich wüsste jetzt nur mal wie das war Danke für die robuste Stahlkiste Ach süß Einen Schluckröpser gehabt? Nee Das hab ich mal gehabt, das ist elend gewesen, Alter, das tat alles wehen Ich musste gleichzeitig, äh, hab ich Schluck aufgehabt und gleichzeitig musste ich, äh Röpsen Röpsen Alter, das tat weh irgendwann Irgendwann? Ja, na, das macht, Alter Das ging etwa, das waren etwa 100 Mal oder so, das tat richtig weh, dann macht er mit der Zeit Das tat richtig verarschen, 100 Mal Ja, du kannst, du kannst nen Kumpel fragen, wenn er mal da ist, nächstes Mal Ja Kack drauf jetzt Jetzt gibt's Zunder unter dem Munder Du Ich weiß ja nicht, wie's bei euch ist, aber meiner schon gleich Tod Tod Jetzt Ich hoffe, du kannst es Enjoy Enjoy Lol Ikke mal weiter Toll, habt ihr ja weil fast dauernd Du kannst diesen Dungeon nicht betreten. Gar nicht, du kannst. Warte, 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 erst mal Helene, wieso hast du die Gruppe verlassen? Aber die Reparatur hat wenigstens abgeschlossen, ey, jetzt steht das wieder da, ist dein Ernst? Ja, soll ich den Bildsch... Der hier, pass auf, warte, okay, so. Lauf drin? Na hab ich doch gerade gemacht, sag mal, willst du mich verarschen? Ja, Sanktum, sag mal hast du, mach mal deine Map auf. Ja, da muss ich die Gruppe verlassen. Ich hab mal nicht Alteracor für dich. Hab ich auch so das Gefühl. Ja, äh, mir fehlt an sich die Altera-Ebene, Nasod-Fabrik und Alteracor. Oh, du Arsch. Du hast doch Nasod-Fabrik gemacht nach dem Tunnel, der Altera-Ebene hast du außen vor gelassen. Du hast diese Scheiß-Ebene nur auf Experte gemacht, oder was? Ne, die Altera-Ebene fehlt komplett. Weil Tunnel übrigens auch Experte. Fick dich. Mach den Kacke alleine. Lol, ey. Mike, wir gehen fahren. Ist mega. So, dann geht doch. Ey, lol, da haben wir jetzt... ...Schmerzen. Ey. Ey, das sind schon richtig harte Schmerzen, Digga. Kommst du? Ich bin doch schon da. Hä? Achso. So, ich für mein Teil geh jetzt auf Altera. Viel Spaß. Tu das. Das tu ich mir jetzt nicht nochmal an. Weil irgendwie klappt damit nicht, weil er muss Altera haben, um da reinzukommen. Also den Core. Ja, Mann. Aber ich hab gut leveln können dadurch. Bei mir gibt's jetzt auch gleich ein Level-Up. Und dann kann ich mich nach Hamel verpissen. Huch, jetzt bin ich falsch in den Weg gelaufen. Hast du eigentlich den Support angeschrieben? Weswegen? Na, du wolltest doch einen Support anschreiben, wegen was. Hä? Na, wegen Handel. Achso, du da... Ne, noch nicht. Die Ebene der Rückkehr... Na, die Ebene schaff ich, glaube ich, auch alleine, oder? Keine Ahnung. Wirst du ja gleich merken. Wisstest du eigentlich? Wird er ja gleich merken. Und die Fabrik schaffst du auch gut. Und beim Core würde ich mir ne Hilfe von zwei Leuten suchen. So, und bam. Krähenmann, der Schwertkämpfer hat eins auf die Schnauze gekriegt. Dum 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 dum. Oh Scheiße. Ich hätte mal was sagen können. Warum sollte ich? Pfff. Und bam. Ich hätte mal was sagen können. Und bam. Bam, bam, bam. 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 Ich hab Hunger. Denk, ich hab ins Essen. Döner. Hehehe. Ich hab noch gar nichts gehabt. Der Pizza hat. 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 Kentucky Friedrich, der Pizza hat. Der Pizza hat. Der Pizza hat. Der Pizza hat. Ich werde was sagen können. capturesено mit dem portaecen Dann. Der Imp report. Der Pizza hat. fragen sie ihren arzt oder apotheker ist das niveau eher schlagen sie ihren arzt oder apotheker wir wollen nicht wir wollen nicht darauf hinweisen dass man dies tun sollte mit zucker und salz was er frisst es ständig wenn er bei elzort gegen cedric verliert naja also so ein gutes ergebnis war das letzte mal bei dir ohne ich sag nur 9 zu 2 nein das waren 9 zu 2 das weiß ich ganz nein das waren trotzdem 9 zu 12 es waren trotzdem 9 zu 2 das weiß ich ganz genau es ist echt so nächstes mal nehme ich es auch dann nachher ich auch so 30 von 44 das geht doch wunderbar und bar und mir ist wieder was aufgefallen unser ton hat wieder mal abgang und 91 so und das würde drücken wir mal schnell das ölchen und entmute unseren sound also diese taste muss ich echt mal umbelägen geht man auf den sack langsam auch wo wollen wir denn hin nach schlumpfhausen bitte sehr alle bist das tot oja der auch wer ist denn das hier gekriegt ja schön zu wissen dass du ums schlumpfhausen kommst jawohl ich kann mich verpissen ja da hast du gesagt wo kommt ihr denn her nach schlumpfhausen bitte sehr ach deswegen bist du blau ich dachte die haben dich auf eine chance zusammengeschlagen ja der mike hat's immer blau wie der mt ja ja der mike hat dich zusammengeschlagen gut gemacht mike nee der mike ist immer blau gesoffen komisch warum ich dann noch volle sätze reden so was habe ich denn jetzt hier epic gefährliche alchemie und sprich mit penentio den anführer der roten söldnerritter genau das werde ich jetzt mal kurz machen und bam genau das und 32 von 44 wunderbar und zack 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 ich hab noch 3 prozent ne oh oh bist du stark ist erhalten geil irgendwo hin glaubt sie mir wenigsten jetzt keiner mehr mhm ich wüsste keinen der's machen will du klaust doch ständig die items im dungeon also imperialer impact oder hä imperialer impact ok alles klar digga ja ich wies jetzt nicht mehr wie er hieß imperialer decad nicht mehr ich bin zurück er verkauft keine haben pflanzen er raucht sie selber als wäre ich so einen scheiß andere würde ich bin nicht wie andere aha wie sind denn andere Also Mike zum Beispiel trinkt, mache ich zum Beispiel nicht, genauso weder wie rauchen oder sonstige Sachen. Ja, ich trinke gerade, äh, und zwar, äh, hier, roten Tee. Das trinke ich gerade. Tage. Du willst ja jetzt nicht behaupten, dass du nicht auch Alkohol trinkst, also. Ich sauf kein Alkohol, ich rauch nichts. Na genau, das mache ich auch nicht. Also, ich rauche nicht, ich suche nicht, ich trinke nicht, scheiße, jetzt ist mir die Kippe in das Bier gefallen. Na? Na, stimmt bei dir vielleicht haargenau? Dreimal stattsellerant Lübierer muss ich machen. Cool. Obwohl, dich rauchen gehört, habe ich noch nie, also von daher, das kann schon mal nur sein. Wow. Jetzt kommen wir wieder nach. Wo ist Bell da? Da. Mein letzter Run, dann bin ich. Pennen. Weil ich dann kein Wille mehr habe. So, und, oh, und, oh, und, ah, jetzt bin ich wieder da gefallen. Und, bam, 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 bam. Und, bam, bam. Und, bam, bam. Und, bam, 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 bam Wenn du alle im Park kriegst, dann nicht. Meins. Juhundis. Oh mein Gott. Mano, sterb. Boah. Alles so ruhig auf einmal, komm rede ich nicht mehr, schon sind alle ruhig. Ich muss mich konzentrieren, ich will hier nicht abkratzen. Keine Sorge, das wirst du. Schon. Irgendwann. Irgendwann hör ich wieder ein. Stirb, stirb, au. So und bam. Stirb, stirb. Mano, Arschloch. Stirb. Oh nein, er ist am sterben. Ich muss kommen und helfen. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... 39 von 44, Edelstahlplatten, geil! Puck. wenn die verkaufen könnte wäre das ja auch mal geil die edelstahlplatten der gewisse für 20 millionen einsetzende pro stück ist ein questingsel aufzug ja auf jeden fall wenn das so viel wert hätte 20 millionen pro stück wenig aber was ist denn eigentlich im antiken stahlwürfel drin fällt mir grad so ein die frage ist mal echt berechtigt da sind bessere chancen wertvolle gegenstände zu kriegen ok mike kann es mir ja schicken den stahl antiken stahlwürfel der hat ihn ja und das wissen doch im prinzip der will ja schließlich auch seine haare haben ja aber im endeffekt musst du erst mal deine haare holen ne wieso ich spare das geld an habe ich da jetzt mal gemacht habe ich an endtage 100 millionen gemacht und ich habe außerdem meine schon sicher der typ braucht bloß ein siegel von dem habe ich ja schon enteile gekriegt mal ist aber nicht dass er noch verkauft ja ich bin schon lange online gewesen mit erstes ist ein anderer punkt aber feuchte chancen hatte hatte ich ja immer angeschrieben da hatte glaube ich noch eine woche 22 wochen jetzt hast die sind zwei wochen erste woche normal schon zweite woche kam dann der klassenwechsel man kommt woche mittwoch oder übernächste woche mittwoch und nö bis dann wieder mit 52 weil nächste woche mittwoch kommt entweder als zweiter klassenwechsel oder die lockerts gilt es ist denke die lockerts gilt das heißt übernächste woche kommt dann komm dann schauen schau so ein ja aber chancen zweiter klassenwechsel ab wobei ich auf die lockerts gilt es verzichten könnte und gleich den zeiten haben würde haben wollen würde aber das macht der kopf nicht mit au 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 und zack und wir haben die tür geschrottet und jetzt tun wir schnell nachladen noch versuchen und wir haben natürlich ein boss und wir haben waren nicht vorbereitet drauf und c-skill wieder mal ups c-walka hat in der frontzeit abgeschlossen was ich j 4,6 prozent schon wieder keine willenspunkte mehr Boah, Mike ist immer heute richtig ruhig Bist du müde? Ich geh gleich heuer machen, ja Dann kann ich noch 5 Stunden pennen und dann passt das Oh So Jo, ich würd sagen, wir verlassen erstmal diesen Dungeon Äh, ja diese Lounge Und jo Wir machen demnächst klein mal wieder weiter